Douglas, würdest du mir bitte den Ketzap reichen? Den was? Den Ketzap. Du meinst den Ketzap? Zeitgenossen mit Bildung sprechen es Ketzap aus. Und wundern sich, wenn sie keinen bekommen. Wenn du mir auf die Tour kommst, verzichte ich eben darauf. Zu spät, alter Mann. Mein Burger wird kalt, jetzt gib mir endlich den Ketzap. Okay, es heißt Ketzap. Sag es und du kannst ihn haben. Nein. Sag es. Sag es. Nein, ich werde es nicht sagen. Eher würde ich verhungern, als das zu sagen. Dann kriegst du die Flasche nicht. Me i amo Ketzap. Wenn es so ist, dann sag lebwohl zu denen, ja! Was soll der Scheiß nun wieder? Gut, du willst Ketzap, ich gebe dir Ketzap. So, hier. Alles klar? Danke, das reicht. Okay. Das reicht. Das reicht. Hör jetzt auf. Gut so? Hör auf. Hör jetzt auf. Reicht's jetzt langsam? Hör jetzt auf. Ja, dann sag es. Ja, was denn nun? Sag es. Sag es. Sag es. Sag es. Was denn nun? Was? Wie heißt es? Ketzap. Du hast was gelernt. Sag es weiß. Sag es. Sag es knifed sie.